Ich freue mich sehr bei ihrer Beauty Blanche zu sein. Das ist Betty am Rhein. Komm mal mit. Sehr gerne. Jetzt ist aber schon langsam geschluss. Wir haben heute schon 200 Millionen tausend Leute geschminkt und die Haare gemacht. Geil. Und jetzt sind alle glücklich und auch Fashion Week Partys. Und jetzt sind wir auch glücklich. Das sind meine Damen und mein Team. Hier ist Mona, die Jessie. Hi. Schön, dass ihr da seid und uns das schön macht. Das ist der Künstler, der diese Bilder gemalt hat. Gut. Möchtest du die Injektion im Liegen sitzen oder im Liegen? Im Liegen ist es natürlich deutlich angenehmer. Dann kannst du ein bisschen mehr entspannen. Dann kann die Injektion noch viel besser wirken. Prima. Und du nizierst eine B12. Genau. Du bekommst Vitamin B12. Und das stärkt deine Nerven für die Fashion Week. Und hat dann eben den besonderen Effekt, als hättest du gerade 250 Gramm beste Macadamia-Nüsse gegessen. Nur, dass du dir die Kalorien gesparst. Wauw. 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 Wauw.